NBA 2K21 erschien bereits Anfang September für die PlayStation 4, Xbox One und PC. Pünktlich zum Release der Next Gen gibt es jetzt auch Versionen für die neuen Konsolen. Kommen wir gleich zum größten Unterschied zur alten Fassung, die Grafik. Die Charaktermodelle sehen absolut grandios aus und sogar die Zuseher wurden überarbeitet. Das verstärkt die Atmosphäre deutlich. Die Reaktionen sind so stark, dass es einem auswärts bei einem engen Playoffspiel tatsächlich so vorkommt, als habe das gegnerische Team mit seinen Fans im Rücken einen zusätzlichen Mann auf dem Parkett. NBA 2K21 profitiert auf der PlayStation 5 stark von der verbesserten Physik. Man spürt jeden Körperkontakt und kann sich nicht mehr so einfach zum Korb durchtanken. Zweikämpfe spürt man dank adaptiver Triggertasten, auch im Controller. Es ist nun nicht mehr möglich, sich an den Hitboxen der Gegner vorbeizudrängeln, da jedes Körperteil simuliert wird. Man muss nun wirklich arbeiten und guten Basketball spielen. Zudem kommt es nunmehr auf Größe und Gewicht der jeweiligen Spieler an. Auch die Position, aus der man wirft, sowie die Zeit, die man sich für einen Wurf nimmt, spielen nun eine größere Rolle. Steht man frei, bekommt den Ball und wirft sofort, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Ball vorbeigeht, als wenn man dem Spieler Kurzzeit lässt, die richtige Position einzunehmen. Das erfordert Übung, ist aber großartig umgesetzt. Das Verhalten auf dem Court, die Physik und Kollisionsabfrage, das haptische Feedback, die Reaktion in den Arenen, all das fühlt sich so unglaublich nach der echten NBA an wie noch nie zuvor. Wie in der Old-Gen-Version ist ein weiteres Mal MyCareer am Start. Allerdings ersetzt der City nun den Nachbarschaftsmodus. In der Stadt gibt es verschiedene Gebiete mit unterschiedlichen Events und Quests. Hier wird NBA 2K21 tatsächlich zum Basketball-Rollenspiel. Leider fühlt sich die Stadt zu groß und deswegen auch ein wenig leer an. Zusätzlich kann man seinen Spieler nicht aus der Last-Gen-Fassung übernehmen. Mikrotransaktionen sind wieder drin. Ob nun im Karrieremodus, in dem man die Story eines selbst erstellten Spielers verfolgt, oder im FIFA Ultimate Team-ähnlichen MyTeam. Wer nicht sehr viel Zeit investiert oder eben für Echtgeld Virtual Credits kauft, der wird nicht wirklich vorankommen. Man verdient zwar auch durch spielerische Leistungen Währung, doch gerade Skill-Punkte in der Karriere sind nicht gerade erschwinglich. Ärgerlich. Das Spiel weist einen oft darauf hin, dass man Virtual Credits kaufen könnte. Sowas muss nicht sein. Das UI im Spiel lässt auch zu wünschen übrig. Es sieht zwar schick aus, ist für unseren Geschmack aber zu verschachtelt. Gerade Einsteiger müssen sich erst zurechtfinden. Positiv können wir dafür die Ladezeiten hervorheben. Dank SSD-Power der PlayStation 5 laden Spiele in Sekunden. Käufer der Standardversion für PlayStation 4 oder Xbox One bekommen kein gratis Next-Gen-Update, wie es beispielsweise bei FIFA 21 oder Dirt 5 der Fall ist. Nur wer damals die teurere Mamba Forever Edition gekauft hat, darf gratis upgraden. Alle anderen müssen erneut zahlen. Zwar glänzt NBA 2K21 nicht in allen Belangen, auf dem Court ist der Titel dafür ein hervorragendes Spiel, das fantastisch aussieht, sich genial anfühlt und noch mehr Basketball-Simulation als die Vorgänger bietet. Leider trüben die doch schon recht präsenten Mikrotransaktionen das ansonsten gute Bild. Dennoch, der Sprung auf die Next-Gen ist geglückt. Dank verbesserter Grafik steigt die Atmosphäre um ein Vielfaches. Gerade Basketball-Fans werden am Court viel Spaß mit dem Titel haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017